Den ersten Vortrag und damit den Aufschlag des heutigen Tages wird der Leiter der Abteilung Zeppelin halten, mein geschätzter Kollege Jürgen Bleibler. Jürgen Bleibler studierte Bibliothekswesen, Kunstgeschichte und Germanistik. Seit 1992 war er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Aufbau des Zeppelin-Museums, bevor er auch hier sein wissenschaftliches Volontariat absolvierte. Seit 1998 ist er Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin am Zeppelin-Museum. Er publizierte umfänglich und kuratierte zahlreiche Ausstellungen zur internationalen Entwicklungsgeschichte der Ballon- und Luftschifffahrt, des Flugzeug- und Schienenfahrzeugbaus sowie zur Technik- und Verkehrsgeschichte der Bodenseeregion. Als solcher ist Jürgen Bleibler einer der KuratorInnen der aktuellen Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit. Sein Vortrag trägt den Titel Zeppelin-Nationalsymbol der Kaiserzeit und damit ein herzliches Willkommen, lieber Jürgen Bleibler. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank, lieber Dominik, für die nette Einführung. Den Titel hast du ja schon genannt. Und wenn man jetzt versucht, sich diesem historischen Phänomen Zeppelin zu nähern, dann wird ganz schnell deutlich, dass der Aspekt der symbolischen Aufladung heute eigentlich in der Wahrnehmung überwiegt. Tatsächlich werden die Zeppelin-Luftschiffe bis 1914 weniger als technikgeschichtliche Erscheinungen mit ihren Stärken und Schwächen, sondern vielmehr als ikonische Repräsentanten des Deutschen Kaiserreichs wahrgenommen, oft auch in einer etwas verklärenden, nostalgischen Retro-Sicht. Das kann man als das Ergebnis von dem deuten, was man heute damalige erfolgreiche Lobbyarbeit nennen würde, also die Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse. Im Fall der Zeppeline zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs waren das überwiegend oder eigentlich nur rüstungspolitische Entscheidungen. Obwohl die Zeppeline als Teile einer internationalen Entwicklung der Luftfahrtechnik interpretiert werden müssen, und zwar unbedingt, sie beeinflussten das Handeln anderer Staaten und wurden ebenso vom Handeln anderer Staaten beeinflusst, gelten Zeppeline bis heute quasi als eine typisch deutsche Erscheinung, wenn nicht sogar als eine Art deutsches Kuriosum. Nach den Gründen für diese Aufladung und diese nationale Emotionalisierung in verschiedenen Zeiten fragen wir heute im ersten Teil unser Assembly. Und das Interessante ist, dass wir nach nationaler Emotionalisierung eines Fluggeräts fragen, dessen erstes und augenfälligstes optisches Merkmal, nämlich seine Größe, seine beachtliche Größe, für ein Luftfahrzeug einmalige Größe, zuerst gar nichts mit Erhabenheit oder einer majestätischen Erscheinung, wie man zeitgenössisch gern sprach oder wie man sie bezeichnete, zu tun hatte, sondern einfach nur mit rein technischen und physikalischen Gegebenheiten. Dass das Zeppelin-Luftschiff bis heute immer noch sehr gerne quasi als optischer Schlüsselreiz für dieses deutsche Kaiserreich herhalten muss, illustriert zum Beispiel der Schutzumschlag dieses jüngst erschienenen Buches des Kölner Historikers Jens Jäger, das ich hier zeige, mit dem Titel Das vernetzte Kaiserreich. Der Autor nimmt in seinem wirklich sehr lesenswerten Buch die technisch-wissenschaftliche, die infrastrukturelle und verkehrstechnische Modernität dieses deutschen Kaiserreiches und dessen Rolle für damalige frühe Urbanisierungs- und Globalisierungsprozesse in den Fokus, sowie die Wurzeln der modernen Mediengesellschaften in dieser Zeit. Trotz des Bildes auf diesem Umschlag, und das fand ich beim Lesen des Buches etwas kurios, wird das Zeppelin-Luftschiff in dem Band tatsächlich mit keiner einzigen Silbe erwähnt, obwohl seine Analyse als verkehrstechnische und rüstungspolitische Zukunftshoffnung, ich betone Zukunftshoffnung nicht als Realität und auch als technologischer Impulsgeber, als Innovationsmotor sehr gut in diesen Kontext gepasst hätte. Am 2. Juli 1900 stieg von der Manzeller Bucht bei Friedrichshafen das erste Zeppelin-Luftschiff LZ1 auf, das mit seiner Länge von 128 Metern alles damalige am Himmel weit in den Schatten stellte. In politischen Kontexten, und das muss man betonen, stand die Luftfahrt von Anfang an, seit den ersten Ballonaufstiegen 1783 in Frankreich. Luftfahrt wurde nie politisch aufgeladen oder politisch instrumentalisiert, sondern sie war per se immer politisch. Der deutsch-französische Krieg 1871, die Gründung des Deutschen Reiches in der Folge und besonders die Annexion Elsass-Lothringens nach diesem Krieg und das dadurch schwer belastete deutsch-französische Verhältnis waren Motivationen der frühen Versuche aus Ballonen, lenkbare Luftschiffe zu machen, zuerst in Frankreich, in der Folge dann in Deutschland und in anderen Nationen. Frankreich war auch der erste Staat der Luftfahrtforschung finanzierte und hatte in der Luftschifftechnik zuerst die Nase vorn. Hier stand also ein politischer Wille dahinter, bei dieser neuen Technologie eine Führungsrolle zu übernehmen. Graf Zeppelin stellte seinerseits unter diesem Eindruck in seiner ersten Denkschrift an den König von Württemberg 1887 die militärische Notwendigkeit zukünftiger Luftschiffe eindeutig ins Zentrum seiner Überlegungen. 1892 begann Zeppelin dann intensiv und auch mit zunehmender Verbissenheit an der Realisierung eines Starrluftschiffes zu arbeiten. Seine Marketingstrategie, so würde man das heute nennen, baute er auf dem Zukunftsversprechen eines überlegenen Waffensystems in der dritten Dimension auf. Folglich wurde schon dieser Erstaufstieg des LZ1 von Zeppelin als gesellschaftlich-politisches Ereignis inszeniert. Ein Startversuch im Verborgenen wäre mit diesem Riesending quasi auch gar nicht möglich gewesen und so ging Zeppelin medial in die Offensive und versammelte am Ufer des Bodensees Prominenz aus Adel, Politik, Wissenschaft, Industrie und Vertreter der immer besonders kritischen Militärs, die die Euphorie der allgemeinen Öffentlichkeit oft gar nicht teilten. Ein Scheitern nun vor all diesen Augenzeugen und den vielen Vertretern der Presse wäre aber einem völligen Desaster gleichgekommen. Die Schmuckgrafik aus den illustrierten aeronautischen Mitteilungen, die ich oben zeige, vom August 1900, das angesehene Fachblatt widmete eine Sondernummer diesem Ereignis, zeigt den Aufstieg als epochales Ereignis am Beginn des neuen Jahrhunderts mit dieser symbolischen Jahreszahl 1900, damals natürlich noch allzu optimistisch, denn von echter Funktionsfähigkeit war das System Starrluftschiff und jede andere Art zu fliegen noch weit entfernt. Es folgen leidenschaftlich geführte Auseinandersetzungen zwischen Zeppelin und seinen Mitarbeitern und dem Militär der Politik, Fachleuten jeder Art und der öffentlichen Meinung um die Durchsetzung des Systems und den Versuchen Zeppelins an jeder nur möglichen Stelle für seine Sache zu agitieren. Und dabei handelte er, und das muss man sehr betonen, immer sehr bewusst politisch. Ein politisches Hilfsargument war wieder das Schreckgespenst eines französischen Vorsprungs, denn das halbstarre Luftschiff der Gebrüder Leboudi wurde seit 1902 erfolgreich erprobt und ein solches Schiff ging 1905 als weltweit erstes Luftschiff in den Dienst einer Armee. Nach einigen erfolgreichen Fahrten mit LZ3 fiel dann in Berlin 1907 die Entscheidung für eine finanzielle Unterstützung und den Ankauf von Luftschiffen unter der Bedingung einer 24-stündigen Dauerfahrt. Diese Fahrt vom 4. und 5. August 1908, die in der Zerstörung des LZ4 bei Echterdingen und den folgenden Ereignissen gipfelte, ich komme nachher natürlich noch darauf zurück, wurde zu einem Schlüsselereignis der gesamten Zeppelin-Geschichte. Unter diesem Ereignis etwas in den Hintergrund gerückt ist eine andere bemerkenswerte Fahrt, die sehr wichtig ist, nämlich die zwölfstündige Dauerfahrt in die Schweiz vom 1. Juli 1908, von der ich links die Streckenkarte zeige. Diese Fahrt machte mit den 384 Kilometern, die man problemlos zurücklädte, natürlich auch Mut für die ganz große Fernfahrt. Sie führte von Manzell über Konstanz, Schaffhausen, Luzern, Küssnacht, Zürich, Winterthur, Bregenz und Lindau wieder zurück nach Manzell, was alle damaligen Rekorde der motorisierten Luftfahrt bei weitem übertraf. Mit dieser Schweizfahrt kommt nun eine neue politische Komponente ins Spiel, denn die Rivalität Deutschlands mit Großbritannien wurde quasi zum großen neuen Argument für Zeppelin und zum Erfolgsfaktor für das Zeppelin-Luftschiff vor dem Ersten Weltkrieg. Nachdem Deutschland ab den 1890er Jahren weltpolitisch als Kolonialmacht auftrat und das britische Empire durch seine Flottenrüstung herausforderte, war die Gegnerschaft zu Großbritannien zu einer regelrechten Manie in der deutschen Gesellschaft geworden, der natürlich auch Graf Zeppelin anhing in Großbritannien wurde und das war Konsens von wenigen Pazifisten abgesehen, der Hauptgegner in einem zukünftigen Krieg. Angesichts dieses finanziell äußerst ruinösen und letztendlich quantitativ doch aussichtslosen Wettrüstens mit der Royal Navy verhieß nun dieses neue Waffensystem Zeppelin eine Kompensation des Rückstands zur See und die Bedrohung der britischen Inseln und das war völlig neu aus der Luft als neue Trumpfkarte. So wie die Briten die Weltmeere beherrschten, so das Programm, wollten die Deutschen das noch zu erobernde Luftmeer dominieren, so die Zukunftsutopie, die Zeppelin zur Realität zu machen, versprach. Erstmals wirklich greifbar aber wurde das alles durch die Schweizfahrt des LZ4 und zwar sowohl auf deutscher Seite als militärische Hoffnung, als neue Option, als auch bei den Briten als Bewusstmachung einer konkreten Gefährdung. In Deutschland erschienen nun Bilder wie das auf der rechten Seite, ein Blatt aus dem Simplicissimus von, ich glaube im August 1908 überschrieben, Weltfrieden, in dem die britische Flotte hilflos dem Angriff eines Zeppelin-Luftschiffs ausgeliefert ist, was allerdings technisch gesehen absolute Zukunftsmusik war. Sicher mit Kalkül ermöglichte Graf Zeppelin, Emil Sand, im Hauptberuf Zollbeamter und dann auch noch Bühnenautor und Schriftsteller und in Deutschland gefeiert als eine Art deutscher Jules Verne, obwohl man ihn von seiner utopischen Kraft gar nicht mit Jules Verne vergleichen kann, als Passagier an der Schweizfahrt teilzunehmen. Sand hatte bereits 1906 den Zukunftsroman Cavete veröffentlicht, also passt auf, der die Luftschifffahrt in Frankreich und Deutschland mit den dystopischen Schilderungen zukünftiger Luftkriege thematisiere. Solche Publikationen gab es auch in Frankreich und auch in Großbritannien. Auch nach der Schweizfahrt griff dann Emil Sand oder unter dem Eindruck der Schweizfahrt griff Emil Sand zur Feder und beschrieb sie in Artikeln als Manifestation des Zitat Siegs der Menschen über das Luftmeer, was ja nicht nur machtpolitisch, sondern auch im Sinne einer übernationalen kulturellen Errungenschaft, er spricht ja vom Sieg des Menschen und nicht vom Sieg des Deutschen, verstand, die dadurch aber auch der Nation die Urheber dieses Kulturfortschritts war, das Anrecht auf einen besonderen Status verschaffen sollte. Vollbewusst war sich Sand der besonderen und technisch wirklich herausragenden Vorstellungen, Vorstellungen, die Zeppelin an diesem Tag mit LZ4 abgeliefert hatte, so wenn er betont, dass in der mondänen Ferienstadt Luzern, das ist das Bild auf der linken Seite, LZ4 über Luzern, besonders das internationale touristische Publikum, das ja auch aus zahlungskräftigen und einflussreichen Menschen bestand, tief beeindruckt vom Erscheinen des Luftschiffbaus. In Großbritannien löste diese Fahrt, wie bereits angesprochen, Alarmstimmung aus und die dortige Presse warf die Frage auf, was denn die Beherrschung der Meere angesichts eines zukünftigen Luftkrieges überhaupt noch nütze. Prompt gab es in England eine Art UFO-Hysterie, die Rolnevi reagierte konkret mit der Aufnahme eines eigenen Starrluftschiffbaus. 1911 passierte dann ein Gesetz zur Sperrung des Luftraums über den britischen Inseln als politische Reaktion das Parlament in London. Großbritannien war der erste Staat, der ein derartiges Gesetz einführte. Zwei Tage nach der Fahrt in die Schweiz verbuchte dann, und das ist das linke Bild, Graf Zeppelin mit der sogenannten König- und Königinnenfahrt einen gesellschaftlichen Erfolg, dessen Wichtigkeit für die Akzeptanz seiner Luftfahrzeuge aber gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. König Wilhelm II. von Württemberg und Königin Charlotte gingen wohlgemerkt aus Sicherheitsgründen nicht zusammen, sondern nacheinander an Bord des LZ4, um einige Zeit über dem Bodensee zu kreisen. Das war zum einen ein Beweis des Vertrauens der beiden in Zeppelin und seine Luftschiffe und auch ein Ausdruck der Freundschaft zwischen Zeppelin und dem König von Württemberg und ein bedeutender Prestigerfolg. Die Aktion wurde aber auch als Signal mit Demonstrationseffekt und kalkulierter Innen- und Außenwirkung gesetzt, für dessen Verbreitung natürlich die Presse sorgte. Eine Pressestelle schrieb, denn durch die persönliche Teilnahme des Königspaares an der Fahrt komme das unbegrenzte Vertrauen zum Ausdruck, das nicht nur Graf Zeppelin selbst, sondern auch die maßgebenden Kreise seiner Erfindung entgegenbringen. Das war, glaube ich, zu dieser Zeit noch eine Vermutung oder eine Hoffnung. Am 8. Juli 1908 feierte Graf Zeppelin dann als national aufgeladener Beherrscher der Lüfte, wie man ihn gern nannte, seinen 70. Geburtstag. Er war auf einem ersten Höhepunkt seiner Karriere als Luftschiffer. Danach stand dann nun wirklich die große Fernfahrt nach Mainz und zurück über eine Strecke von 800 Kilometern auf dem Programm. Höhepunkt und bildhaftes ikonisches Zeichen dieser als Drohgebärde gegenüber Frankreich intendierten Fahrt sollte nun die Überquerung Straßburgs werden, der Hauptstadt Elsass-Lothringens, das seit dem Krieg von 1870-71 zum Deutschen Reich gehörte. Diese Annexion war nicht nur eine nationale Kränkung für Frankreich, sondern wegen der industriellen Bedeutung beider Regionen und der Bodenschätze ein ernster wirtschaftlicher Aderlass. Ab dem 11. Juli begann nun in Manzell die konkreten Vorbereitungen für das Unternehmen und offensichtlich wurde, und das finde ich hochspannend, der 14. Juli, nämlich der französische Nationalfeiertag, bewusst angestrebt, um die Fahrt an ihm durchzuführen. Die Fahrt verlief, und das zeigt das Bild auf der rechten Seite sehr eindrucksvoll, von Anfang an schlecht, und LZ 4 kam in Konstanz nur mit Ach und Krach über die Rheinbrücke, was diese Aufnahme belegt. Im Fall eines erfolgreichen Verlaufs an diesem für die französische Nation eben auch sehr nationalemotional aufgeladenen Tag wäre das ein sehr bewusstes und sehr wirkungsvolles politisches Signal gewesen. Im Falle eines frühzeitigen Endes nach einer lächerlich kurzen Strecke bei Konstanz aber das absolute Gegenteil und ein Desaster. Am 4. August 1908 wurde dann erneut gestartet. Diesmal nahm die Fernfahrt wirklich Fahrt auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ging über Konstanz, dann weiter entlang des Rheins. Die Karte zeigt das, über Schaffhausen nach Westen und dann über Basel weiter in nördlicher Richtung. Auf dieser Fahrt begann sich durch einen sich quasi mit jedem Kilometer steigernden Begeisterungstaumel, auch angeheizt von Extrablättern und einer entsprechenden Kommunikation, die nationale identitätsstiftende Wirkung Zeppelins, also der Person und seiner Luftschiffe, die man da nie trennen kann, zu entfalten, die sich dann einige Stunden später nach der Zerstörung des LZ 4 bei echter Dingen eruptiv entladen sollte. Straßburg war von vornherein als Höhepunkt dieser hochpolitischen Inszenierung außersehen worden. Trotz der verordneten Geheimhaltung war Straßburg nämlich die einzige Stadt entlang der gesamten Route, die schon am Vorabend über eine voraussichtliche Ankunftszeit informiert worden war. Der Bürgermeister von Mannheim, der ähnliche Informationen zu bekommen suchte, bekam sie nicht. Dabei ging es auch um symbolträchtige Bilder. Ich zeige hier noch den Zeppelin über Basel. Ich muss da weitermachen. Das ist über Straßburg und zwar solche von oben aus dem Luftschiff auf die Städte, auf die Orte und auf die Menschen am Boden, die das Luftschiff bewundern, aber natürlich auch Bilder von unten auf das Luftschiff. Straßburg wollte Zeppelin, und das war seine klare Intention, in die Lage versetzen, durch diese Benachrichtigung seine Ankunft publikums- und medienwirksam vorbereiten zu können, Fotografen die guten Positionen aufzusuchen und ein Empfangskomitee, das aus Festrednern, Musikkapellen, auf dem Münstlerplatz bestand und oben auf dem Turm, auf der Turmplattform, also auf dem nicht vollendeten Turm, eine Versammlung aus Offiziellen und Offizieren, die auf dem beflagten Münster das Luftschiff empfingen und Zeppelin grüßten. Dieses Straßburger Münster wurde dann eben auch wirklich zu dem ikonischen Bild dieser Fahrt und wir werden in einem späteren Vortrag das noch auf vielen Objekten sehen. Graf Zeppelin selbst, der in den ersten Tagen des deutsch-französischen Krieges ja durch seinen riskanten Aufklärungsritt, der militärisch äußerst problematisch war, nach Frankreich eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, gefiel es offensichtlich sehr auf diese Weise über dieser Stadt für die Deutschen ein Symbol des Sieges, für die Franzosen ein Symbol einer demütigenden Niederlage, seine technische Potenz der Welt und den Franzosen insbesondere zu zeigen. Die Fahrt ging dann weiter nördlich und das Fahrtenglück wendete sich etwas, denn bei Oppenheim auf dem Rhein musste wegen eines Motorschadens zwischengelandet werden. Damit war die Dauerfahrt technisch, was die Abnahmebedingungen angeht, gescheitert, aber bei dieser Landung begann nun endgültig die Rezeption Zeppelins als nationales Identifikationssymbol und seine Glorifizierung auch über politische, gesellschaftliche und soziale Grenzen hinweg. Zum festen Ausdrucksritual all dessen, und das wurde bei Oppenheim zum ersten Mal praktiziert, wurde das kollektive Absingen des Deutschlandliedes von nun an bei Zeppelin-Ereignissen eine feste Übung. Nach der Reparatur und dem Weiterfahren und dem Erleichtern des Schiffes auch um fünf Personen ging es weiter nach Mainz und zurück in südliche Richtung. Nach der zweiten Notlandung bei Echterdingen am Morgen des 5. August einer regelrechten Pilgerbewegung zu diesem Liegeplatz und der Zerstörung des LZ4 durch einen Gewitterspurm entlud sich nun all diese über Stunden aufgebaute und angestaute Euphorie in der sogenannten Echterdingen Erfolgsspende, deren ich glaube 6,25 Millionen Mark, also eine riesige Summe, in Friedrichshafen die Gründung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die Installierung der Zeppelin Stiftung und den Aufbau des Zeppelin Konzerns möglich machten und diese ganze Unternehmungen bekamen dadurch natürlich auch durch die Spende den Charakter nationaler Unternehmungen. Dieser spontane Spendenbereitschaft, der sich schnell auch Vereine, Verbände und Firmen anschlossen, also hier stand auch hinter Spenden politisches und wirtschaftliches Kalkül, brachte aber nicht nur Geldsegen, sondern wurde von dem gesamten Spektrum der damaligen Presse zu einer nationalen Huldigung ausgerufen, in der, ich zitiere, das Volk wie ein Mann aufsteht und sich vom Fürsten bis zum Arbeiter zu einer Opferfreudigkeit erhebt, wie sie seit den Tagen des großen deutsch-französischen Krieges nicht wieder erlebt wurde. Das ist eine bemerkenswerte Einordnung, dass man dieses Ereignis nun in den ganz großen Strang der deutschen Nationalgeschichte und der deutschen Identität nach der Reichsgründung einordnet. Als typisch deutsch wurde auch erklärt und dann bekam es auch so völkerpsychologische Züge, dass Deutschland zu seinen Helden, Zitat, nicht nur in den Tagen des Glücks, sondern auch in den Stunden der Notstünde, was ganz bewusst im Gegensatz zum angeprangerten Utilitarismus des erklärten Gegners England gestellt wurde. Mit echter Dingen wird Technik Begeisterung und das kann man konstatieren zu einer nationalen Bewegung und Zeppelin zu einem ideologischen Unternehmen. Unfälle blieben allerdings die Regel. Bis Juni 1912 und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, endeten sieben der bis dahin gebauten Zeppelin Luftschiffe als Totalverluste, wenn auch noch ohne Todesopfer. Trotzdem blieb die öffentliche Meinung bis in das Jahr 1913 hinein kontrafaktisch, wie Rüdiger Haude das formuliert hat. Gerade wenn die auch immer sehr begründeten Zweifel an der Sicherheit der Zeppelin Luftschiffe aufkamen, wurden sie von der Presse gerne mit dem Attribut des Majestätischen versehen. Zweifel an ihnen grenzten folglich an Majestätsbeleidigung, so drückte Rüdiger Haude das aus und Majestätsbeleidigung war verboten. Unfälle dienten also eher zur Bekräftigung als zur Kritik. Ab 1912 hatten sich dann die Fahrleistungen der Passagierluftschiffe, der DELAG, stabilisiert nach heftigen Rückschlägen, die Fahrerfahrungen wuchsen und auch militärische Besatzungen wurden ausgebildet. Im Herbst 1913 wurde aber ein Stimmungsumschwung eingeläutet. Es kam zu Zwischenfällen, die auch die öffentliche Kritik etwas stärker auf den Fokus rufen. Die Marine verlor kurz hintereinander ihre ersten beiden Zeppeline bei Abstürzen, wobei 42 Menschen starben. Anfang April wurde das Vertrauen in das Zeppelin Luftschiff von dem sogenannten Lüneville-Zwischenfall, von dem Sie hier diese Bilder sehen, erschüttert. Das Heeresluftschiff LZ4 hatte sich auf dem Weg von Friedrichshafen nach Baden-Oost derart katastrophal verfahren, dass es in der französischen Stadt Lüneville landen musste und erst kurz vor der Landung gewahr wurde, wo es sich eigentlich befand. Das war in vielerlei Hinsicht peinlich. Die erhoffenden Spionagevorwürfe der französischen Seite konnten nur dadurch entkräftet werden, dass man zugab, wie blamabel man sich eigentlich verfahren hatte und auf der anderen Seite war das Luftschiff quasi schutzlos den neugierigen Blicken französischer Analysten, Fotografen und Journalisten ausgeliefert. In Deutschland wurde der Vorfall heruntergespielt. Man wusste nicht, wie detailliert die technischen Analysen der Franzosen wirklich waren und Dinge, die vorher streng gehütete Staatsgeheimnisse waren, konnten als Souvenirpostkarten wenige Tage nach dem Ereignis gekauft werden. Der Abschluss der beiden Marine-Luftschiffe hat natürlich diese kritische Stimmung noch weiter befördert. Im Herbst 1913 kamen 28 Menschen bei der Brandkatastrophe des L2 des beiden Marine-Luftschiffes ums Leben und das förderte natürlich die Kritik an Zeppelin. Es kam zu einer persönlich geführten Auseinandersetzung zwischen Graf Zeppelin und Großadmiral Tirpitz um Fragen von Schuld und Versagen. Das hatte das Potenzial zu einem ausgewachsenen politischen Skandal, der aber intern mit gutem Grund beigelegt wurde, weil niemand ein Interesse daran hatte, diese beiden Ikonen der deutschen Rüstung, der eine für die Hochseeflotte, der andere für die Eroberung der Luft in irgendeiner Weise zu demontieren. Die Meinungen der Lobbyisten, wie zum Beispiel des militaristischen deutschen Luftflottenvereins, stützen sich noch mehr auf die politische Propaganda von der Bedrohung der ansonsten unangreifbaren britischen Inseln. Davon zeugt diese Postkarte und letztendlich war es diese Hoffnung, dass die das Luftschiff und so die These am Leben erhielt und die politische Option dieser Trumpfkarte gegen Großbritannien rettete das Starrluftschiff, so könnte man es vielleicht überspitzt formulieren, in den Ersten Weltkrieg und der ermöglichte dem Luftschiff dann eine dramatische Entwicklung zum interkontinentalen Verkehrsmittel, die anders wahrscheinlich gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Vielen Dank, damit bin ich am Ende. Ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen Bleibler, für diesen tollen Vortrag und eine kurze Entschuldigung für die Audio-Störung. So ist das nun mal, wenn man eine solche Veranstaltung auch bei geöffnetem Hause durchführt. Wir machen hier alles Corona-konform, diese Assembly natürlich inklusive. Lieber Jürgen, ich würde gerne eine Frage stellen und zwar, welche Rolle spielten denn der gesellschaftliche Stand und der militärische Rang des Grafen bei dieser Stilisierung der Zeppeline zum Nationalsymbol? Naja, Zeppelin war ja nicht der Einzige, der sich im späten 19. Jahrhundert mit sowas beschäftigte, aber aufgrund seines Standes und aufgrund seines Berufs als Offizier und seines adeligen Standes hatte er natürlich auch als Netzwerker Privilegien, also Vorteile, die er auch sehr geschickt ausnutzte. Und das ist etwas, womit er arbeitete und natürlich kam ihm das dann auch später bei seinem politischen Handeln und bei seinen politischen Arbeiten zugute. Ich meine, er war auch als Politiker tätig, als württembergischer Gesandter in Berlin und da hatte er Routine und das konnte er, das wusste er und er wusste auch sehr genau, was er da tat. Mich hat eine Frage per Chat bei Facebook erreicht, per Direct Message. Da hat jemand sehr genau zugehört. Ich lese jetzt mal vor. Festzuhalten ist nach Ihren Ausführungen, dass Graf Zeppelin sein Luftschiff von vornherein als in Anführungszeichen Waffensystem begriff und vermarktete. Richtig, natürlich. Es gibt ja diese erste Skizze 1874 in seinem Tagebuch. Da ist er inspiriert von einem Vortrag, von einem verschriftlichen Vortrag von Heinrich von Stephan, dem damaligen Postminister im Deutschen Reich. Da geht es um verkehrliche Fragen, um die Kommunikation auf der Welt, um Postbeförderung. Aber Zeppelin spricht auch sehr früh schon in diesem Zusammenhang von Luftfähren. Und Luftfähren dienen natürlich auch dem Transport von Truppen. Also man darf die militärische Komponente jetzt nicht so einseitig auf den Bombenkrieg und die Fernaufklärung festlegen. Das heißt, er hat natürlich schon viele militärische Möglichkeiten der Luftfahrt an sich gesehen. Und das steht für ihn, als er wirklich anfängt, ernsthaft daran zu arbeiten oder spätestens seit seiner Denkschrift an den König von Württemberg. Absolut quasi als alleiniges Merkmal im Mittelpunkt seiner Überlegungen und seiner Strategien. Ja, das ist absolut richtig. Vielleicht kann ich da als Anschlussfrage stellen, hätte denn ein rein ziviles Star-Luftschiff-Projekt in Deutschland überhaupt eine Chance auf technologischen und auch wirtschaftlichen Erfolg gehabt? Das ist eine ganz spannende Grundsatzfrage, inwieweit sich eine Technologie wie die Luftfahrt auf einem rein zivilen Markt und mit einer nur zivilen Intention überhaupt hätte durchsetzen können. Und das Durchsetzen heißt nicht durchsetzen, sondern wäre finanzierbar und entwickelbar gewesen. Und das würde ich, glaube ich, verneinen. Die Rüstung und der militärische Einsatz und militärische Optionen sind in der gesamten Geschichte der Luftfahrt die tragenden, die Triebfedern gewesen, diejenigen Elemente, die die Mittel, die Finanzierungen möglich gemacht haben und locker gemacht haben. Und auch in der Zwischenkriegszeit, also zwischen den beiden Weltkriegen, die ja so als die große Entwicklungszeit der zivilen Luftfahrt, als der Luftverkehr aufgebaut wird, betrachtet werden. Das stimmt schon. Und das wird dann schon ein Element der Kommunikation. Aber letztendlich kann man hier militärische und zivile Intentionen nicht voneinander trennen, weil die Industrie wollte und will sich weiterentwickeln. Und das geht vor allem nur aufgrund von einer Motivation und einem großen Auftraggeber. Und es hat auch noch eine Frage erreicht. Es ist eine, die relativ häufig kommt, aber vielleicht kann man die auch an dieser Stelle nochmal beantworten. Warum wurde denn die Hindenburg eigentlich nicht mit Helium befüllt? Das wäre eigentlich nochmal ein Vortrag. Das überfordert mich, das jetzt in der Kürze der Zeit zu beantworten. Also die USA hatten ein Heliummonopol. Nur in den USA wurden auch im Hinblick auf eigene Starrluftschiff- oder ja, Starrluftschiffprogramme in erster Linie nach dem Ersten Weltkrieg die Gewinnung von Helium intensiviert. Es war auch in den USA knapp. Und die amerikanische Marine als Hauptbetreiber sah im Vorhandensein von Helium einen entscheidenden Vorteil, also ein Manko, unter dem die deutschen Zeppelin im Ersten Weltkrieg massiv gelitten haben, dass man, dass man dieses Manko durch das Vorhandensein von Helium ausmerzen könne. Auf der anderen Seite war es so, dass Wasserstoff natürlich nur wirtschaftliche Vorteile hat. Wasserstoff hat eigentlich nur Vorteile bis auf den einen Nachteil, der eben nicht tolerierbar ist. Und das ist die Gefährlichkeit aus heutiger Sicht nicht tolerierbar ist. Und die Frage der Heliumfüllung, der kombinierten Heliumfüllung als Reaktion auf die R101-Katastrophe, das ist ein spannendes Thema. Aber ich sage jetzt einfach mal, um das voranzubringen, zeitlich darüber erfährt man in unserem Museum eine ganze Menge. Ja, in der Tat, allerdings. Auch eine interessante Frage. Vielleicht gab es denn in anderen Ländern auch eine Entwicklung eines solchen Verkehrssystems zum Nationalsymbol? Gibt es was vergleichbar? Irgendeines Verkehrssystems? Ja, ob das nun ein U-Boot ist beispielsweise oder ein Schiff, ein Flugzeug. Ich glaube, so ist die Frage. Ja, also mir ist jetzt nichts bekannt, was, es ist ja nicht nur ein Zeppelin, sondern es ist ja eine Strömung, eine technische Strömung, die für etwas ganz Bestimmtes steht. Und mir ist jetzt nichts bekannt und fällt jetzt auch nichts ein, was eine derartige Aufladung hat. Natürlich war man in Großbritannien stolz auf die Schnelldampfer und auf die und auf die Schlachtflotte. Und es gab ja auch den Prestigewettkampf zwischen dem Deutschen Reich und den Briten um das blaue Band und das schnellste und schönste und tollste Schiff auf dem Nordatlantik vor dem vor dem Ersten Weltkrieg. Das waren natürlich alles nationale Aushängeschilder. Und auf Weltausstellungen waren Lokomotiven nationale Aushängeschilder, die auch die Verkaufsargumente für die eigene Industrie letztlich waren, auch auf einem Weltmarkt. Aber etwas, was vielleicht auch so eine Diskrepanz zwischen technischer Funktionsfähigkeit und nationaler Aufladung hat, wie die deutschen Zeppelini vor dem Ersten Weltkrieg, das gibt es, glaube ich, nicht. Und das ist ein ganz spannendes Beispiel für Durchsetzung oder Nichtdurchsetzung von Techniken an Märkten und irrationalen Gründen, die oft Dinge einfach am Leben lassen und sich weiterentwickeln lassen, für meine Perspektive. Und ich glaube, da ist das Phänomen Zeppelin gerade in der deutschen Kaiserzeit ziemlich einmalig. Ja, eine Frage, erstaunenswerterweise per E-Mail, aber da sie eine gewisse Länge hat, vielleicht auch verständlich per E-Mail, ich lese sie vor. Muss Ihrer Meinung nach die Zeppelin-Geschichte analog zu beispielsweise Kolonialismusdebatten oder ähnlich wie eine Revision der Geschichte der Moderne mit heutiger Perspektive neu bewertet werden? Und welchen Stellenwert sollten Ihrer Meinung nach diese militärhistorischen und machtpolitischen Aspekte der Zeppelin-Geschichte im Museum einnehmen? Das ist unbedingt notwendig. Also wir sind hier ja schon, also ich persönlich und auch wir hier als Team sind natürlich der Meinung, dass auch, ich sag mal, neue Generationen an die Geschichte und damit eben auch an unsere Zeppelin-Geschichte neue Fragen stellen müssen und das auch tun. Und letztendlich ist das ja jetzt die Steilfortlage für den folgenden Vortrag meiner Kollegin Barbara Weibel. Da geht es eben um eine quasi zivile Zeit, also augenscheinlich zivile Zeit, wo man eben auch nationale Aufladungen feststellen kann und Politisierung von vermeintlich friedlichen Zeppelin-Unternehmungen. Und das ist natürlich ein Ansatz. Und auch die Fahrten vor dem Ersten Weltkrieg kann man alle im Grunde nochmal unter diesem Aspekt analysieren. Da kann man weitermachen, um sozusagen das Bild, was ich jetzt mal so als These aufgerissen habe, an wenigen Beispielen, um das zu verfestigen. Also vor dem Ersten Weltkrieg waren die Fahrten entweder politisch intendiert und wenn sie das vielleicht nicht waren, dann wurden sie hinterher politisch genutzt. Ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen, auch für die geduldige Beantwortung der vielen Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.